cookie run ist ein action rpg strategie spiel für android und ios systeme und 2021 kam der sechste teil der reihe raus mit dem titel cookie run kingdom wenn euch das thema interessiert seid genau richtig hier und in diesem sinne leute sage ich servus und willkommen hier an meiner kleinen klembau steintheke heute mal mit dem set aus korea als ich dieses set gesehen habe und ich habe gelesen es ist aus korea dachte ich natürlich sofort an oxford aber oxford steckt hier diesmal nicht dahinter es ist die firma ansprig die anlässlich des sechsten teils von cookie run mehrere sets zu diesem spiel auf den markt geschmissen hat hier bei uns im westen kam davon leider nichts raus ich musste ein bisschen tricks und musste ein bisschen hin und her überlegen und rumsuchen um an so ein set zu kommen letzten endes hat mir dann ebay weitergeholfen allerdings dürfte nicht vergessen wenn ihr bei ebay sachen aus korea bestellt kommt auf jeden fall soll auf euch zu da kommt er nicht drumrum was soll es ich habe mir das trotzdem raus gelassen und es ist an wie soll ich sagen beim bauen man muss aufpassen dass man keine diabetes bekommt so süß sind hier die dinge gestaltet die schachtel gehen wir auf die schachtel ein die schachtel ist zuckersüß gestaltet wir haben 1454 teile zwei minifiguren und die setnummer ist die 001 packen wir das ganze aus finden wir zwei kartons ein a und einen b karton in dem jeweils die tüten verpackt sind das ganze kommt bau abschnitt sortiert auf uns zu was das ganze dann noch erleichtert die bauanleitung ist hervorragend gedruckt hervorgehende bauschritte werden ausgegraut ziemlich hell sogar und aktuelle bauschritte werden farbig dargestellt wir haben auch einen sticker bogen mit bei den habe ich natürlich nicht angebracht so nach durchpfosten der tüten und entdeckung des teile trainers habe ich natürlich meinen freund ski oder skill pattern angeschrieben habe mir mal bilder geschickt und gesagt heuch was meinst du wer könnte da der hersteller sein die steine selber haben so gut wie keine nummerenkennung in der noppen aufnahme und nach bis hin und her bis heißt das jolder wusste dann sofort anhand des teile trainers dass es sich hierbei um hansahne handeln hansahne und wie ja immer man diesen hersteller aussprechen mag ich habe in 2024 auf der messe gesehen diesen händler diesen hersteller und sie haben mir tatsächlich erzählt wie man den namen ausspricht aber erstens habe ich schon wieder vergessen und zum zweiten ist mein mittel europäischer gaumen nicht in der lage der artige laute hervorzubringen wir haben alle tüten der schachtel a geöffnet drinnen befinden sich die bauabschnitte 1 und 2 die haben wir aufgebaut und nach fertigstellung des zweiten bauabschnittes sieht das ganze in etwa so aus wir haben die grundplatte zusammengezimmert und das schloss in etwa angedeutet innen ist natürlich alles hohl und leer da kann man nichts großartiges erwarten ansonsten ist die steine qualität durchwachsen sie ist okay ist jetzt kein go briggs natürlich nicht mehr ist es kein kobe kein lego aber sie ist okay wo es hier und da schwächen gibt sind eben unten in den plates die haben ein bisschen schwache klemmkraft da sich das ganze durch die durch die durch die wie soll ich sagen durch das überschichtete bauen nach oben fällt an den seiten kann es passieren dass ich die unteren plates wieder lösen aber so im großen und ganzen funktioniert es ganz gut wir haben hier so kreisrunde aussparungen gezimmert da werden wohl später noch die türme drauf kommen ansonsten ist es schloss an sich in der grundstruktur schon bereits im bauabschnitt 2 gut zu erkennen nachdem wir auch die tüten vom b karton herausgenommen und zusammengezimmern haben ist nun das komplette set fertiggestellt es ist wirklich hübsch design ich bin jetzt kein kenner des games ich weiß nur oder zumindest das was ich so rauslesen konnte geht es wohl um den gingerbread mann der gingerbread mann dürfte dem ein oder anderen von euch hier draußen ein begriff sein spätestens seit schreck ist der lebkuchenmann jedem bekannt aber den gab es auch vorher schon in diversen ich sage jetzt mal weihnachtsgeschichten gerade im amerikanischen kulturraum aber auch bei uns hier es gab auf der wie und auf der ps2 und so weiter gab es mal den ninja bread mann das war halt eben der gingerbread mann als ninja kämpfer und der kommt hier und da immer wieder mal vor und ist halt eine süße kleine gestalt ich glaube auch lego hat den gingerbread mann als minisch herausgebracht ob es davon gibt kann ich jetzt gar nicht beantworten ich gehe mal ganz stark davon aus gingerbread mann scheint in diesem cookie run universum große rolle zu spielen es scheint auch nicht nur einen zu geben so wie ich das hier mitbekommen habe sondern ein ganzes volk von gingerbread manns die alle die unmöglichsten unmöglichsten fähigkeiten haben unser gingerbread mann nennt sich hier ginger brave und der kleine zwerg daneben nennt sich sugar gnome wie passend wie passend wenn wir uns das schloss von vorne anschauen wir werden sehen wir haben hier so kleine ja ich sage jetzt mal sahnehäubchen mit flügeln oder sowas ich habe keine ahnung was es genau darstellen soll sie wirken ein bisschen wie goombas mit flügeln wie para goombas und so weiter aber halt eben in kompletten ten das ist auch eins der wenigen teile die farblich großartig abweichen alles andere ist ziemlich farbtreu dass die dinge hier abweichen liegt daran dass sie eben nicht von hansane produziert wurden sondern aus einer eigenen produktion stammen das hat man daran erkannt dass sie in extra tüten auch anders eingeschweißt waren ich gehe mal ganz stark davon aus hansane hat diese form nicht im sortiment und es ist halt was kinder cocky cocky run kingdom eigenes deswegen wurde es speziell für dieses set hier produziert genauso wie eben der gnome der gingerbread mann an sich hat zumindest beine und torso einer standardmäßigen lego figur ob der kopf jetzt auch im lego sortiment vorkommt kann ich jetzt nicht beantworten dazu müsste ich mal nachschauen was die lego eigene gingerbread mann figur so zu bieten hat sticker habe ich wie gesagt keine angebracht ihr könnt ihr vorne zum beispiel an diesem weißen schild es cookie run kingdom logo drauf und auch so kann auf dem ein oder anderen turm noch der eine oder andere sticker der ein fenster eine öffnung eine tür ein wappen und was was ich was darstellen soll habe ich alles weggelassen auch vorne bei den beiden gargoyles oder ich sage jetzt mal so ziegen ähnliche gargoyles oder sollen saßen sein die gesichter auch die habe ich nicht beklebt der sticker bogen besteht aus transparenten stickern also muss man da schon mal keine angst haben es wird keine farbabweichung geben aber transfersticker wären mir lieber gewesen wenn es schon keine drucke sind oben in der mitte auf dem schloss ein lebkuchenhaus mit typischer zucker guss glasur und so weiter wie man es eben kennt es verlockt zum reinbeißen das set an sich ist absolut cute gemacht es ist absolut zucker und ja es würde auch hervorragend in das eine oder andere weihnachts diorama passen wenn man mit dem franchise an sich nichts anfangen kann großartig zum bespielen ist leider nichts dabei das set ist wirklich nur dazu gemacht um es irgendwo im regal verstauben zu lassen da ist keinerlei in den leben hat keinerlei spiel wert in irgendeiner art und weise dafür hat es wahnsinnig viel details zu entdecken die man halt nur entdeckt wenn man das ganze im kreis dreht und sich genauer anschauen es ist liebevoll gemacht es ist hübsch gemacht es ist stabil gebaut die steine qualität ist okay für diese art bau ich kann über dieses set nicht mehr gern ganz im gegenteil ich bin froh es mein eigen nennen zu können weil es ja doch wieder eine ziemlich interessante kuriosität ist und auch eine sehr sehr hübsche wie ich finde dieses set hat mir auch wahnsinnig viel spaß gemacht zu bauen man hat hier keinerlei großartigen hindernisse man klöppelt auf sein wohl sage ich mal so geradewegs vor sich hin um an sein ziel zu kommen dieses set ist einfach nur cute hübsch süß und beim bauen muss man ab und zu mal eine pause machen damit man nicht an diabetes verendet einfach genial dieses set hat mir gefallen dass es nie bei uns rauskam liegt wohl an der lizenz die lizenz wird wohl nicht von europäischem markt wie soll ich sagen nicht von europäischem markt geeignet seien man wird wohl um den europäischen markt damit beliefern zu können die lizenz ausweiten da der europäische markt aber für asiatische verhältnisse nicht sonderlich lukrativ ist machen dass die meisten nicht außer sloobahn mit garfield aber da hat lego reingefunkt darüber reden wir anders mal jetzt sind wir hier beim gingerbread man king cookie run kingdom set aus korea es gibt im übrigen noch mehr setzt dieser reihe wenn jetzt hier oben dieser rosa teddy oder was das sein soll so ein heißluftballon auch den gab es habe ich gesehen aber das war mir jetzt alles zu viel schnickschnack zu viel süß auf einmal mir hat es hier schon gereicht diesem sinne leute ich bedanke mich halt bevor ich vergesse bevor ich vergesse mein ich bin gespanntometer sagt es ist 35 zentimeter hoch 32 zentimeter breit und 30 zentimeter in der tiefe ist eine handvoll teile übrig geblieben aber einmal 1 einmal 2 ja es sind sogar zwei dieser panels übrig geblieben da habe ich echt mal nachgesehen dass ich mich da verbaut habe aber nein die sind tatsächlich über da fehlt nichts ich habe mich nicht verbaut alles okay alles im grünen bereich ich kann es euch noch mal in die kamera zeigen hier den sticker bogen ich habe ihn nicht angebracht wie es halt meistens machen die sticker mag ich nicht ich mag nur transfersticker oder eben die sticker von unserem achim grüße gehen raus an dieser stelle mein freund in diesem sinne leute ich bedanke mich fürs zusehen wenn ihr jetzt unten links auf die playlist klickt dann kommt ihr zu weiteren burgen und schlössern da könnt ihr euch noch weitere reviews dazu angucken wenn ihr unten rechts klickt dann kommt ihr zur playlist kurioses und seltenes in diesem sinne wünsche ich euch viel spaß beim binge watching